Seit 15 Jahren laufe ich als Pendler an diesem Alfred Escher vorbei und jetzt habe ich mich doch gefragt, weil ich einen Rundgang Reformation, Urknall der modernen Schweiz machte, was hat es eigentlich mit dem Escher und seinem reformierten Glauben auf sich? Dieser Mann, der sowohl im Nationalrat, im Erziehungsrat, im Kirchenrat und auch in verschiedenen Banken, im Verwaltungsrat saß, der eine große Nummer in der Politik wie in der Wirtschaft gleichzeitig war. Er hat geschuftet, obwohl ihm als Millionärssohn eigentlich die Muse in die Wiege gelegt war. Ein Millionärserbe, der sich bis zum Burnout aufgeopfert hat, 1855 zusammengebrochen ist und dann wieder auferstanden. Gotthard, das ist die Chiffre. Gotthard und Escher, das ist eine Verbindung, die jeder wahrscheinlich in seiner Geschichtslektion gelernt hat. Aber wir werden auch zeigen, wie viel Reformation eben in Escher steckt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die historisch berühmteste Persönlichkeit im Schweizerland? Es ist nicht Henri Dunant, es ist nicht Ulrich Zwingli, es ist nicht Johann Heinrich Pestalozzi. Er steht vor allem auch dafür, der verkrachte, reformierte Theologe, der sein Studium nicht zu Ende gebracht hat, für das protestantische Bildungsideal. Und tatsächlich hat die Schweiz in ihren reformierten Kantonen eine große Alphabetisierung schon sehr früh erreicht. Er steht auch dafür mit seinem italienischen Namen Pestalozzi für die vielen Migranten und für die Lokarneser Flüchtlinge. Er selber kommt wohl aus Chiavenna, aber die hierher gekommen sind und auch mitgewirkt haben, um Zürich zu einer reichen, prosperierenden Stadt zu machen. Ja, wie fing das an mit der Bankenstadt Zürich? Die erste größere Bank, die überhaupt begründet wurde, das war der Johann Loy und der Johann Heidegger, die die Idee hatten, endlich aus den überquellenden Truhen und Schatullen der Zürcher Obrigkeit das Geld auch im Ausland anzulegen zu einem profitablen Zins. Beides übrigens waren sowohl von ihrer Familienherkunft her aus berühmten Theologengeschlechtern, wie aber auch das, was heute wahrscheinlich bei den Bankern weniger üblich ist, haben sie ihren Arbeitstag mit einer Morgenandacht und einer Bibellesung begonnen. So fing es also an, kalvinistische, protestantische Arbeitsethik machte die Gnome von Zürich aus. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie das alemannische Dialektwort Putsch für Zusammenstoß in den internationalen Wortschatz der Politiker und der Politanalysten gekommen ist. Dass es mit der Zürcher Streiterei um die richtige Bibelauslegung zu tun hatte, das erfahren Sie auch auf meinem Rundgang. Heute kann man sich kaum vorstellen, hier entlang dieser Cay Mauer war ein richtig großer, im byzantinischen Stil gebaute Fleischhalle, wo die Schweizer Metzger ihre Kühe und Schweine schlachteten. Dann aber 1960 ging die Diskussion darum, freier Blick auf die Limmat, freier Blick auf die Alpen und vor allem natürlich freie Fahrt für den Autoverkehr am Limmat. Und man hat dieses Gebäude, dieses Schlachterpalazzo abgerissen. Ja, wenn ich das bei meinem Rundgang zeige, da gibt es große O und A und alle fühlen sich beinahe, als wären sie die Denkmalschutzbehörde von heute und können es nicht verstehen, dass das abgerissen worden ist. Dieses Gefühl haben wahrscheinlich auch viele Menschen im sechzehnten Jahrhundert gehabt, als die Kapellen und Klöster und Heiligenstatuen plötzlich aus dem Stadtraum verschwunden sind, kam überall leise Melancholie auf. So ist das eben auch heute. Hier gibt es noch heute, wie es an Chinesisch angeltet hat. So ist das eben auch heute, einfach hierher machen, dass wir uns mit einem Einschafrechen hinterher sehen, dass wir uns an Bremsen und wir uns anbremsen 거�ern haben. Das wäre eine große Bremsenz, was wir uns an Blastung übernommen. Es gibt zwei Säge, die erste Töten, die erste Töten, die erste Töten sind, wie wir uns an Bremsenzik, zählose die erste Töten liegt. Das war das Bremsenz, das wurde uns wichtig.